Hallo liebe Zuschauer, mal hier ein wackiges Video von mir aus dem Schlafzimmer. Alle meine Notfallaufnahmen, die ich gemacht habe, sind aufgebraucht und leider geht es mir nicht gut. Deswegen muss ich sagen, kommen die nächsten Tage erstmal leider keine Kritik nüsst wahrscheinlich. Ich versuche mich jetzt auf Weihnachten zu konzentrieren, weil ich da einigermaßen gesund bin. Und nach Weihnachten geht es dann auch wieder weiter. Aber jetzt gerade geht es halt leider nicht. Ich muss mich ausruhen, ich wollte zumindest mal ein kleines Video machen, um Bescheid zu sagen. Jetzt gerade mal so spontan aus dem Schlafzimmer, wo ich gerade Glass Onion und Strange World geguckt habe. Und dazu kommen auch Kritiken, aber wie gesagt, erstmal muss ich gesünder werden. So, ich hoffe ihr habt Verständnis dafür. Wir hören uns dann definitiv Weihnachten und zwischen Neujahr wieder. Da wird es nämlich auch weitergehen mit Kritiken und auch mit Jahresrückblicken. Also bis dahin, tschüss, haut rein und bei.